Ich kenne Rap aus Weiblingen, die 5 Kinder aus Weiblingen kenn ich ja Du könntest dich von mir aus nochmal anschauen Ich bin Björn, den ihr schon zu lange kennt Ich bin am Start, wenn ihr Namen nennt Ich will eigentlich nur von der Dunkelheit ans Licht Und ansonsten brauch ich eigentlich nichts mehr Ich bin jung, talentiert und ermotiviert Ich gehe meinen Weg, egal wer... Das ist schon seine Hände Ich bin jung, talentiert und ermotiviert Ich gehe meinen Weg Ich bin dieser Türke, der dich immer wieder this Weißt du wer du bist, du bist ein Nichts Du steilst in die Welt aus dem Ameisenbild Du steilst in die Welt aus dem Ameisenbild Oh wie geil Björn ist schon... Er muss man schon sagen Bisschen weird Also ich... Ja, der ist schon scary Schau dich das hier an Schau dich das hier an Schau dich das hier an Not bad Qualisch schon gut Vor 14 Jahren Die Jungs heißen wahrscheinlich Björn, roter Fettsack Luri Italiener Adrian Albaner Dragan Fettsack mit Brille Der hat die einfach beschrieben als Fettsack Oh Gott, das war Dragan, das war nicht Björn Oh Björn war der andere Mir scheint die ganze Sonne ins Gesicht und das ist so nervig Ich weiß gar nicht, ob das korrekt ist hier was wir tun Aber wir so... Also wir wollen eigentlich nicht für Top pathen Aber ganz ehrlich, wir haben gar keine andere Wahl Also wenn die Karte ist auch Top side angefangen hat, ist es sehr bad für uns ne Hier wir traden ziemlich gut mit Der Wort ist natürlich juicy Immerhin 1 für 1 kill, aber double kill für Kattas, why? How? Wow Come on guys Ich kann mir vorstellen, dass ich das wegnehmen darf War ich so viel schneller als der Shyvana WTF, warum gehst du nicht zu Woos Heiden? Wenn ich hier Level 6 bekomme, können wir Dragon machen Aber sieht schwierig aus Schade Wenn ich E hab, kann ich ihn kill, wenn ich keinen E hab, ist es glaube ich schwierig Weil seine Botlin leidet hier Das ist natürlich jetzt ein Bummer Warum hat sie Flash, man? Warum hat sie Flash, man? Warum? Du bringst dich einfach nur selbst mit um Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich das anders gespielt Dann hätte ich nicht auf die E geschossen Dann hätte ich einfach Flash Kill gemacht Aber yeah, I don't know Alles sollte hinten dran sein Alles sollte hinten dran sein Wollen wir nicht hören Na gut Bisschen Unlucky, dass der Toplaner stirbt Na? Hartzl sollte bald wieder irgendwann ab sein Aber diese Ari ist actually so fett Wie können wir das hier spielen? Was ist das denn? Das hat nicht geholfen Oh mein Gott Oh mein Gott Die Lula ist genauso blöd wie die Wie die Ari Ach du Scheiße Boink Frist das Ezreal Okay Okay Bodlin sieht aber echt sehr juicy aus aktuell Holy moly, die haben auch keine Flashes Ist die Karte gebased? Oh, da ist ein Xan hinten dran Ähm Actually, der Tirt ist tot Nicht Ulten lassen Nicht Ulten lassen Oh Golems noch Ist witzig, ne? Is it up a ring one project on pause in korea? No Just because I'm in the book and I can't play on my mains Er läuft ab Boa Junge, hast du mich erschrocken? Er läuft überhaupt nicht ab Habe ich Habe ich tatsächlich zwei Charger? Sieht das denn so aus Es ist immer so selbstfang, wenn man einfach so viel for free bekommt Den will ich auch noch erkennen, ne? Nein, er blockt! Okay The fuck? Ja, Xante ist Xante ist seit Release turbo broken Und der wird einfach nicht gefühlt Der wird einfach nicht genervt Oh Gott Oh Gott Oh Achtung, bestimmt auch noch Boa Junge, jetzt lass mich doch mal in der Ruhe ey Das ist ja unglaublich Wie kann dieser Champion so fucking disgusting stark sein? Aber die haben nicht mal ne Wave, Bro Warum stirbst du? Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott